Moin Leute, Hara wieder am Start. Heute mal wieder was ganz besonderes. Heute redet ihr das nämlich Leute. Wow, wer hätte es gedacht. Aber es ist nicht nur irgendein Regen, Leute. Es ist ein ziemlich rasanter Regen, ziemlich heftig der Regen. Man sieht es gerade nicht. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt raus und gucken uns das an, oder? Ich muss gerade so lachen, weil einfach gefühlt meine Wettervideos die besten sind, was für die Views und so angeht. Naja, ich glaube bei dem ist nicht so unbedingt. Aber mal gucken Freunde. Oh, Scheiße. Da fällt gerade ein, sobald ich jetzt rausgehe. Oh, man hat das schon nass geworden. Sobald ich jetzt rausgehe, es wird wahrscheinlich dauernd die Aufnahme abbrechen. Also wundert euch nicht, falls irgendwelche komischen Schnitte da drin sind in dem Video. Hört mal die Kamera so hoch. Aha, aha. Es ist Regen. Ist das besser als ich dachte, ehrlich gesagt. Es ist wirklich viel besser als ich dachte. Also abgesehen davon, dass es schon seit zwei Tagen oder so regnet, geht da eigentlich voll klar so. Ich meine, sieht man überhaupt, dass ich nass bin? Ich sehe gerade nur auf meinem eigenen Bildschirm, dass der voll mit Wasser ist, aber ansonsten geht eigentlich voll klar. Man sieht auf jeden Fall auf dem Boden, dass der schön nass ist und dass die Pflanzen schon bewässert werden. So, aber ansonsten ist ja gar kein Problem damit, jetzt hier so draußen rum zu gehen und zu chillen oder so. Ich würde sagen, es ist ein ziemlich unspektakalligerer Regen auf jeden Fall. Aber sieht man das überhaupt, dass es so schön regnet? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall. Regen ist halt dann ziemlich lange und auch ziemlich extrem. Hat schon... Digga, ich war so in meinem Heimkino, hab da ein paar Filme anguckt und ich war so, Digga, können wir die Bauarbeiten aufhören? Das war ein Gewitter einfach. War ein bisschen los. Naja, auf jeden Fall. Lasst ein Like da, wenn es euch Video gefallen hat über den Regen hier. Der rasant Regenruhe. Abonniert meine Neuse. Das ist nur noch ein Show.